Ich dachte, das ist bestimmt keine kluge Entscheidung, ich werde bestimmt viel schwere Zeit damit haben, aber ich musste es immer. Wenn man sowas arbeitet, muss man sich halt wirklich darauf einlassen und sagen, ja, diesen Pascal, den muss ich jetzt lieben. Ja, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ob das überhaupt möglich ist, dass man so ein Stück macht. Und je mehr ich es gearbeitet habe, desto mehr finde ich, dass es sehr nötig ist, dass man solche Stücke macht, das ist nach einer Art Literatur, zumindest Theaterliteratur. Und ich finde auch, dass er sich da nicht aus der Affäre gezogen hat, das tut er ja meistens nicht, sondern dass er schon die Dinge benannt hat, indem er die Täter auf die Bühne stellt, obwohl es ja eigentlich ein Requiem für ein liebes Kind heißt. Man hat sich die ganze Zeit mit dem Stoff beschäftigt und ich dann in den Endproben auch nochmal mehr so eine Figurenarbeit gemacht habe und auch nochmal ein bisschen psychologischer geworden sind. Ich gemerkt habe, dass ich mit Schauspielern spreche und mich in die Psyche des Täters wirklich einfühle. Dann hat man manchmal das Gefühl, da möchte man einfach nur alles in die Ecke schmeißen. Das ist eine kranke Scheiße, die man hier macht. So. Und das ist jetzt nur so angerissen. Jetzt hast du gewagert, Onkel. Deine Frau kann man ganz leicht mit herrschen, Onkel. Deine Lichte? Schau Onkel, ich kann meine Lichte mit herrschen. Zunächst mal suchen diese Täter, das kommt ja auch hier sehr gut raus, eine Beziehung. Sie wollen ja, dass sie mit diesem Menschen zumindest eine Nähe aufbauen. Das ist vielleicht das Krankhafte oder das, wie sagt man, das, wo das Hirn aussetzt. Also das ist, sie wollen ja wirklich eine Nähe mit diesem Kind aufbauen. Sie wollen, dass geliebt werden und zwar auf diese ganz spezielle Art. Und wenn man sowas arbeitet, muss man sich halt wirklich darauf einlassen und sagen, ja, diesen Pascal, den muss ich jetzt lieben. Das ist mein Lustobjekt, das suche ich mir jetzt. Und man geht auch durch diese ganzen Geschichten, die da erzählt werden. Das lässt einen nicht kalt, das berührt einen schon, wenn man das erarbeitet. Und es hat ihm gut getan. Allein leider hinein. Und dann mit dem Finger ein bisschen vorgemacht. Bisschen vor, bisschen auseinander. Bisschen hinein mit dem Finger. Und dann das Zäpfchen hinein. Und der Pup war glücklich. Natürlich sind die alle schuldig. Aber wenn das von vornherein schon so als böse markiert wird eindeutig, dann hat man natürlich keine Arbeit mehr. Braucht man es nicht zu erzählen. Sondern es muss ja auch immer wieder, finde ich, die Aufgabe sein, die Leute immer wieder zu verführen, auch dem Onkel zu glauben. Und dann hat man ihm nur ein Zäpfchen gegeben, weil das Kind Bauchschmerzen hat. Hat der Onkel dir jemals etwas Böses getan? Nein, Onkel. Hat der Onkel dir wehgetan? Nein, Onkel. Hat der Onkel dir jemals irgendwas getan, was du nicht gewollt hast? Nein, Onkel. Wie gesagt, es gibt ein totes Kind, auch wenn die Figuren erfunden sind. Aber wenn dann jemand anfängt zu urinieren und sämtliche Körper ausscheiden, dann überlagert irgendwann eine Form von einem ganz anderen Ekel eine Sache, die ich wesentlich wichtiger finde. Und das hat mich dazu bewogen, letztlich den eher luftleeren Raum zu suchen. Also eher ein Querschnitt an Menschen, aber schon irgendwie künstlich markiert. Also eben in diesem künstlich leeren Raum und auch in einem Kostümkonzept, das die Figuren so zusammenhält. Den Ekel eben nicht über Exkremente entstehen zu lassen, sondern über die Harmlosigkeit auch dessen, wie damit umgegangen wird. Vielleicht schläft er nur. Das kann auch sein, dass er einen Schock hat und schläft. Ja. Lassen wir ihn schlafen, bis er wieder aufwacht. Ja, Onkel. Es freut mich auch, dass für Kreuzweller sich da, glaube ich, auch schwer getan hat, man widmet sich so einem wahnsinnig schwierigen Thema und fasst es richtig an. Also diese Nominierung ist ja schon ein Gewinn eigentlich. Also auch eine Erwunterung, sich so schweren Stoffen zu widmen sozusagen. Das finde ich super. Also letztlich, ob es jetzt zehn Jahre alt ist oder eins. Bisther Ihr könnt auch nochmal die Fremde des Prinzen waste. Das mache ich an. Und alles. Alles. Und alles. Und alles. Alles. Wir machen uns auch ein bisschen. Alles. Alles. Alles.